Hallo, heute möchte ich euch das CH erklären. Das CH, zum Beispiel CH oder CH. Für viele Ausländer ist es schwierig, das CH zu erlernen. Der Trick ist es, Luft durch den Mund zu pusten, einmal hinten oder vorne. Wir haben zum Beispiel die Wörter ICH, ICH, CH, CH und BACH, BACH. Das ist ein kleiner Fluss. ICH, BACH, ICH, BACH. Versuch es einmal.